Liebe Leute, ich glaube es wird Zeit, dass wir Abschied nehmen und vielen, vielen Dank für mich persönlich die schönsten Jahre, das ich je erlebt habe in meiner Arbeitszeit. Und das war manchmal ziemlich schwierig mit euch oder mit mir auch, aber trotz alledem vielen, vielen Dank. Ich persönlich wünsche euch alles Gute, vielleicht sieht man sich wieder, das Leben ist manchmal sehr komisch. Beim Umzug. Ja, beim Umzug, ja genau, für die Hilfe schon mal. Und ja, für mich ist es super schwer, euch alle Tschüss zu sagen, aber vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank.